Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming-Hoddy Freunde. Ich bin euer Fabian und mit dabei ist Patrick und der ganze Rest des Teams. Hoi Leute! Naja nicht alle. Mathis, Leon, Tom, Tommy. Ja, wir sind gerade auf der Einsatzfahrt im Mühlengrund, in der Nebenstraße vom Mühlengrund im Neubaugebiet. Ähm, wurde gerade ein Heckenbrand gemeldet und wir sind gerade unterwegs. Patrick, vorsichtig. Ich muss mal sagen, die Bremsen sind gut. Ey, doch, wir sind bestimmt mit dem Motor nicht. Patrick, ich bleib mal hier vorne stehen, ne? Wo soll der Heckenbrand sein? Siehst du denn nicht da vorne? Ja. Ist der Strom auch angeschlossen? 1270, eins an Leitstelle. Ja. Da kann ich auch noch nicht tun. Ja. Ja, wir sind Einsatzstelle an. Ähm, kurze Information an die Leitstelle noch zusätzlich zum Einsatzankunft. Hier brennt ein Teil der Hecke. Der ELW Klein soll sich zum Mühlengrund vorbewegen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. ELW 12111. Hat Verständen, wenn man es damit auch aus hat? Dieses bleib ich da. Äh, einfach drauf. Der F-Angriffs-Trupp zur Brandverkampfung mit dem Schnellangriff vor. Dies ist blaulich, Patrick, das macht ein Harakiri. Warum bleibt das denn jetzt nicht an, Mensch? Na ja. Patrick? Ja. 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 In der Ruhr hört man ja bis hier hinten hin, ey. Häckling. Äh, bei dem Film das war? Ja, wenigstens bleibt bei dir das. Ja, wenigstens bleibt bei dir das. Glau nicht an. Oh, oh. Also, so laute ich das jetzt richtig verstanden habe, Samstagabend Livestream? Ha, ha, du bist witzig. Ja, du bist ganz witzig. Nein, Zuschauer, es wird Samstagabend kein Livestream geben. Oder eventuell. Genau, versuch, aber. Vielleicht. Ja, das ist momentan noch nicht ganz fest. Genau, das wird noch besprochen. Also, folgende Lagemeldung. Äh, ein kleines Geburtsstuhl sind mit dem Schnellangriff. Äh, zur Brandverkämpfung vor. Patrick? Äh. Ja, okay. Eingriffstrupp 1 an Gruppenführer, komm. Benötigen, äh. Eingriffstrupp 1 an Gruppenführer, dringend. Ja, hört. Wir haben eine, ähm, Wasser. Der Wasserstand wird langsam, ist offen, nicht betankt und wird gleich nach alarmiert. Okay. Der EW 12111 vielleicht stillen Hartnäckige. Haltbühne hört. Alarmieren Sie bitte, dass TLS 4 tausend der Feuerwache 1 Meilenburg nach. Dörferstanden. Dünn, dünn. Ein Satz für das TLS 4 tausend der Wache 1. Dünn, ähm, Heckenbrand in der... Frage, was heißen wir mal kurz? Mühlen... Mühlengrundstraße, Nebenstraße von Mühlengrund. In der Mühlengrundstraße, ähm... Warte. Das TSFW hat kein Wasser mehr und benötigt dringend das TLF 4 tausend. Boah, ich schlaf hier jetzt erstmal auf dem Fahrzeug oben. Äh... Das verstanden, TLF 4 tausend ist auf Anfahrt. Okay. TLF 4 tausend zwei, äh, äh, an Leitstelle. Leitstelle hört. Äh, Frage, soll nur TLF 4 tausend eins ausrücken oder TLF 4 tausend mit? 2 mit. Nur TLF 4 tausend eins. Ja, okay, hab verstanden. So nach dem Motto, was wollen wir hier mit 2 TLF 4 tausend, Mensch. Ach, ist klar. Patrick, übernimmst du den Rest nochmal? Na, Jungs, wird ein bisschen langweilig hier, ne? Ja, das kann ja mal sein, ne? Aber ihr sollt euch nur bereithalten. Wache 2 wurde ja auch nur alarmiert, falls das Feuer noch aufs Gebäude oder... ...weitere... ...platten des... Nicht so golle, Patrick! Noch eins. Was ist los? Ja, Fabian hat es noch versprochen. Ja, und mach mal ein Check mit der Drehleiter. Patrick, du hättest mal die ganze Zeit gucken sollen, wie ich das gemacht hab, Mensch. Ja, ich mein... Könntest du ihm mit der Leitstelle funken und in den Berichten das... ...zu Protokoll ihm rübergeben, dass keine Verletzten und sowas vorhanden sind und... ...Polizei mit dem Eigentümer schon gesprochen hat und die dann die weiteren Informationen noch vom Eigentümer und Melder und sowas kriegen. Ey, hier bin ich. Hier ist ein Einsatz, leider, hier ist ein Einsatz, leider. Äh, hier ist ein... Patrick. Patrick, bist du im PSNV? Jo, mach ich. Kommst du. 12111 mit vollender Lagemeldung für die Leitstelle? Was soll das denn jetzt? Was soll das mit Platz gemacht? Ja, sonst kommt der hier gar nicht um die Kurve. Toll, dass was blaulich anbleibt. 12111 mit vollender Lagemeldung für die Leitstelle? Ich weiß nicht, dass das sich im Auftanken kann angeht. Er muss... ...den Tank ausklappen und du musst dann da rückwärts reinfahren. Mit Tasse 9, äh... Tasse 9. No whisper target found. Da. Aber da ist kein Wasser drinne. Ah, verdammt. Shit. Tommy, gehst du ihm Wasser holen? Dann gehen wir jetzt mal mit den Feuerlöschern dran, das ist mal gerade ein unorganisierter... ...Mist. Ja. So, Schlau-Leitung, Schlau-Leitung über lange Wege. Ich mach das, Patrick, ne? Bleibst du hier und kontinuierst das? Jo. Matthias, kannst du den Ansatzbericht schon mal schreiben, ne? Der LF 4000 beeilen dich. Seid ihr mich noch? Ja. Wahrscheinlich. Warum? Ich bin schon vom Server geflogen. Okay. Oh, ha. Wo ist denn denn das Ding Drant? Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Bei Kickbus steht auch der Wassertank, der Führer. Äh, wie... Wie hieß... Was? Sonst alarmieren wir das Haare der Haspel. Schnell, 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 mit der Haspel. Schnell, schnell, schnell. Da... Patrick, so was hat er noch alarmiert? So was war's? Nein. Ja, okay. Darf ich auf eine andere Idee? Ich hab die Haspel. Oh, mein. Ich hab die Haspel. Ja. Wasser läuft. Wassermarsch an den... Am Hydranten. Ja, dann. Ja, nicht du. Der Hydranten. Ich hab' mir grad... Achso. Er ist aufgestanden. So, jetzt... So, ihr denkt euch da bitte jetzt Wasser hin. Patrick, kümmerst du dich mal da drum, weil so groß ist das Feuer ja jetzt... Ohne, ich war da im Grunde ich ja auch eben Mut. Ich hab' auch auf Pinkeln dran. Ja, ich wollt's nicht ausdrücken, aber... Aus Pinkeln. Ehe wie 12111 fürs Tele 4000er Vollwoche 1. Ja, Tele 4001 hört. Frage genauer Standort. Ja, das stimmt. Oh, ich hab' ein Problem, ich stelle ein bisschen länger. Ja. Äh... Ich mach doch Feuer im Maus, ne? Ging gerade. Ich bin doch schon dabei. Ah! Angruftrupp... Angruftrupp... Angruftrupperngruppenführer... Einsatzleitergruppenführer kommt. Hört. Feuer aus. Ja, da. Kühlen die Einsatzstelle noch ein wenig ab, damit da nichts wieder hochkommt und... löschen alle weiteren Glutennester. Hier hol mal die Haken, guck mal da so ein bisschen unten reden da aus. Warum wollen wir das Tele 1.000 wieder zur Woche schicken? Äh... Einsatzleiter an Ilwe Klein kommen. Ilwe Klein hat. Ja, äh... Alle anderen mit Einsatzkosten können wieder einrücken kommen. Ja, mit so... So. Lagen wir uns. 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 Schnappt euch mal die Haspel. Und dann... Feuer aus... Aufsammeln, ne? Okay. Ja, verstanden. Sonst... Sonst... Sonst dreht er sich gleich um und fährt mit euch rückwärts. Dann könnt ihr das schon gleich auf der Haspel aufrollen. Dann machen wir das einfach mal. Patrick? Ähm... Einen Moment. Was weiß ich denn? Alle eingedrückten Kräfte verstanden? Ja, das ist positiv. Kann alle anrücken. Patrick? Ja? Schnappst du dir dann Fahrzeug und fährst dem rückwärts. Also fährst ja mehr auf die Auffahrt drauf und fährst dann rückwärts da... darunter. Also dass du den Schlauch von der Haspel wieder aufnimmst. Ja, wenn du weggehst, dann sich die Klinik erschlagen. Ja, alles gut. LW 12111 ist auf Status 1. Ja, wir auch noch. Ja, Schatz. Ähm... Ja, Patrick, dein Part. Wenn euch dieses Video mal wieder gefallen hat... Schaut einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Hab. 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 Ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wie beim nächsten Video. Genau. Haut rein, Jungs. Mädels. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.